Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Deloitte Future Talk, eurem Podcast über die spannendsten Zukunftsthemen. Ich bin Michael Kramp, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte und führe euch durch die heutige Episode. Unser Thema dreht sich um die fundamentalen Konzepte von Kapitalismus und Marktwirtschaft. Diese Begriffe sind ja essentiell für das Verständnis unserer Wirtschaftssysteme und deren zukünftige Entwicklungen. Doch wie genau unterscheiden sie sich und warum ist es so wichtig, diese Unterscheidung zu verstehen? Um diese und weitere Fragen zu klären, freue ich mich sehr, heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Jonathan McMillan. Das ist ein Pseudonym für den Autor des Buches Kapitalismus und Marktwirtschaft, das kürzlich erschienen ist. Hinter dem Pseudonym steht ein Banker, der aus beruflichen Gründen aber anonym bleiben möchte. Und Jonathan wird uns auch erklären, warum zum Beispiel Kapitalgesellschaften eine so fundamentale Rolle in unserer Wirtschaft spielen und wie sie im historischen Kontext entstanden sind. Wir diskutieren, warum es seit 300 Jahren immer wieder zu Finanzkrisen kommt und warum wir scheinbar nicht viel aus ihnen gelernt haben. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie könnte und wie sollte sich unsere Wirtschaftsordnung und auch das Bankwesen verändern, um große Finanzkrisen in der Zukunft zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Podcast-Freunde, ein herzliches Willkommen aus unserem Aufnahmestudio in Zürich und mir gegenüber mein heutiger Gast, der Co-Autor von einem neuen, extrem spannenden Buch. Ich stelle ihn unter dem Namen Jonathan McMillan vor und es ist ein kollektives Pseudonym für die Autoren, welche vor einigen Jahren bereits den ersten Teil ein Buch, das heißt Das Ende der Banken, veröffentlicht haben. Und nun wurde eben ein neues Buch nachgelegt. Und ich frage gleich Jonathan, was es mit dem Pseudonym auf sich hat. Aber erstmal herzlich willkommen, Jonathan. Ja, vielen Dank und danke, dass du mich da eingeladen hast. Ich freue mich wirklich, da mit dir heute sprechen zu können. Ja, das mit dem Pseudonym, als wir das erste Buch veröffentlicht haben, eben, du hast gesagt, das Ende der Banken, hatte ich schon mehrere Jahre in der Bankenbranche gearbeitet. Und die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, das war sehr wertvoll, um wirklich in der Lage zu sein, dieses Buch zu schreiben. Aber es wäre halt relativ kompliziert gewesen, diese beiden Rollen unter einen Hut zu bringen. Und so sind wir damals halt darauf gekommen, und dass wir dieses Pseudonym verwenden. Und eben dieser Name Jonathan McMillan, der hat sich dann halt etabliert. Und deshalb bleiben wir heute auch dabei. Der Co-Autor, das ist Jörg Müller. Er ist der Direktor von Avenue Suisse. Und er tritt da auch mit seinem Klarnamen auf. Und dabei belasten wir es bis auf Weiteres. Genau, wärst du ein Romanautor oder ihr, dann würde man ja sagen, dass euer neues Buch Kapitalismus und Marktwirtschaft ein Fortsetzungsroman ist, zu eurem frühen Buch. Und erzähl uns doch mal die Story, wie die erste Idee entstanden ist. Das war ja damals, glaube ich, in London, in den Pub, wo die Geschichte entstanden ist. Und, glaube ich, war sehr geprägt auch von der Finanzkrise 2007, 2008, richtig? Genau, also entstanden im Pub. Man kann sagen, ja, dort ist sie geboren. Ja, nach 2008 hatten wir eben unterschiedliche Pfade genommen. Ich habe bei der Bank zu arbeiten beginnen. Jörg hat damals seinen akademischen Pfad weiterverfolgt, hat seine Doktorthese gemacht. Wir haben uns dann drei Jahre später eben wieder in England getroffen, in London, und haben von beiden Seiten gesehen, hat sich ja nichts geändert, weder in der Finanzbranche noch in der Welt der Akademie, in der Volkswirtschaftslehre. Und haben gesagt, da machen wir was. Wir schreiben ein Buch, bringen mal einen komplett neuen Vorschlag, wie wir dieses Finanzsystem positiv verändern können. Und so wurde es dann auch. Gut, jetzt das Ende der Banken. Also die Banken gibt es noch. Das war der Titel vom ersten Buch. Dann jetzt das zweite, Kapitalismus und Marktwirtschaft. Der Titel hat es ja bereits in sich. Und im Untertitel schreibt hier, wie eine neue Wirtschaftsordnung Europa vor dem Zerreißen bewahren kann. Da stellen sich mir bereits einige Fragen. Zuerst mal Kapitalismus und Marktwirtschaft. Viele glauben ja, es ist eigentlich identisch. ist es, glaube ich, nicht. Warum geht ihr eigentlich auf solche eher elementaren Konzepte zurück? Und was war ein bisschen die Motivation, bei diesem Thema hier so zu stärken? Also wir sind dann erst gegen den Schluss in diesem ganzen Schreibeprozess wirklich darauf gekommen, dass es auf die absolut fundamentalen Fragen zurückgeht. Und was wir hier wirklich, ja, wo wir ansetzen, ist, dass es wirklich einen grundlegenden Konsens gibt, in unserer Gesellschaft, was eigentlich unsere Wirtschaftsordnung ist und was uns all diesen Wohlstand gebracht hat. Und dieser Konsens ist eigentlich, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, dass diese neue Wirtschaftsordnung, dieser Kapitalismus, den wir mit der Marktwirtschaft gleichsetzen, vor 300 Jahren gestartet hat. Und dass eben diese Eigentumsrechte, diese Marktordnung, diese Rechtsordnung, dass das alles die entscheidenden zentralen Elemente sind für unsere Wirtschaftsordnung. Und dieser Konsens ist breiter eigentlich als ziemlich viele andere Punkte. Sogar auf der linken Seite des politischen Spektrums würden die meisten der These zustimmen, dass der Kapitalismus, sprich die Marktwirtschaft, sehr viel Wohlstand schafft. Die Kritik kommt ja eher von der Seite dann, dass der Wohlstand auf Ausbeutung basiert oder halt sehr ungerecht verteilt wird. Und gleich verteilt ist und so. Genau. Aber der Grundthese, dass die Marktwirtschaft, die mit dem Kapitalismus gleichgesetzt ist, dass die den Wohlstand schafft, diese Grundthese würde sogar auf der linken Seite zu breiten Teilen vertreten werden. Nun gibt es ein Problem mit dieser Geschichte. Einerseits sagen wir eben, das ist das, was diesen enormen Wohlstandszuwachs der letzten 300 Jahre ermöglicht hat. Aber auf der anderen Seite, die Marktwirtschaft und die Eigentumsrechte, die gibt es ja schon viel, viel länger. Und vor 300 Jahren hat sich da nichts Entscheidendes in diesem Bezug geändert. Also wenn wir über Eigentumsrechte sprechen, da haben wir schon im römischen Recht, das ist 2000 Jahre her, haben wir schon viele dieser Konzepte integriert. Märkte und Geld gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Und da hat sich vor 300 Jahren einfach nichts verändert in dieser Beziehung. Und wir denken, dass ein Schlüsselelement ignoriert wird. Und das ist nämlich die Kapitalgesellschaft. Weil es ist eben die Kapitalgesellschaft, die genau in diesem Zeitpunkt aufgetreten ist, wo eben diese Wohlstandsexplosion, diese industrielle Revolution stattgefunden hat. Und warum spielen dann diese Kapitalgesellschaften so diese fundamentale Rolle? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, um das zu verstehen, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn wir auf die Geschichte der Kapitalgesellschaften zurückgehen und schauen, wie diese ersten Kapitalgesellschaften entstanden sind. Eine der ersten Kapitalgesellschaften, eine sehr wichtige, war die East India Trading Company. Die entstand etwa um das 17. Jahrhundert herum. Und damals hatte England gerade einen Krieg mit Spanien. Sie konnten die spanische Armada besiegen. Und plötzlich öffneten sich alle Handelswege für die Engländer. Plötzlich war... Internationalisierung, würde man heute sagen, es war möglich dadurch. Genau. ...noch stärker als vorher. Genau. Und die englische Königin wollte auch natürlich, dass dieser Handel angefacht wurde. Also hatte sie dann den Geschäftsleuten in London, hatten sie eine Urkunde verliehen, die ihnen eben das Recht gab, diese neue Company zu gründen. Weil die war so kapitalintensiv, die Tätigkeiten, es wäre anders gar nicht möglich gewesen wahrscheinlich, als jetzt einzusammeln. Der offensichtliche Aspekt war, dass sie ein Monopol bekam. Die Königin hat gesagt, all dieser Handel, der über das Kap der guten Hoffnung führt, dieser Handel soll von der East India Trading monopolisiert werden. Aber viel wichtiger war ein zweiter Aspekt. Diese East India Trading Company wurde als Aktiengesellschaft aufgesetzt. Damals ist das eine Joint Stock Company. Und das machte sich fundamental anders, als Unternehmen oder Handelsbetriebe, die früher existiert hatten. Das waren vor allem Familienbetriebe, Personenunternehmen, Und wie du bereits gesagt hast, diese neue Form der Aktiengesellschaft erlaubte der East India Company auf breiter Basis Investoren zu finden. Und jetzt muss man sich überlegen, warum kann das dann diese Aktiengesellschaft, was dieser Familienbetrieb nicht kann? Und da hilft es sich auch zu überlegen, dieser Seehandel ist für uns heute schwer vorstellbar, aber das ist ein unglaublich riskantes Geschäft gewesen. Also stellen Sie vor, Sie sägen in einer Nussschale um das Kap der guten Hoffnung in den Indischen Ozean handeln, dort Gewürze und wieder zurück. Da kann enorm viel schief gehen auf dem Weg. Also Stürme, Krankheiten. Und dann sind ja immer noch die Portugiesen und die Spanier da, die nur darauf warten, ihre Ladung zu kapern. Aber wenn Sie es dann mal geschafft haben, zurück nach London zu kommen, mit Ihrer Ladung, dann machen Sie exorbitante Gewinne. Riesige Gewinne. Aber wenn Sie das natürlich als Einzel-Privatperson stemmen müssen, dieses Investment, dieses Risiko zu tragen, das ist natürlich enorm schwer. Aber wenn Sie ein Aktionär sind, ein Investor, zusammen mit 100 oder 1000 anderen Aktionären und nur ein kleiner Teil ihres Vermögens in diese Unternehmung investiert ist, dann kann sich das Ganze natürlich lohnen, oder? Also Diversifizierung war damit möglich, auch für die Kapitalgeber. Genau. Und diese Diversifizierung war auch nur möglich, weil diese Kapitalgesellschaft eben selbst eine juristische Person wurde. Weil wenn Sie als privathaftender Investor investieren, dann sind Sie für alle Verbindlichkeiten, müssen Sie gerade stehen. Und auch das ist beim Seehandel natürlich eine schwierige Angelegenheit, weil der Kapitän, heute würde man CEO sagen, der ist am anderen Ende der Welt und geht Verbindlichkeiten ein, wo Sie als Geschäftspartner, als Investor, keinerlei Kontrolle darüber haben. Und wenn Sie natürlich als unbeschränkt hafender Investor in so eine Situation investieren, dann gehen Sie ein riesiges Risiko ein. Aber es ist wie, wenn Sie heute in Tesla-Aktien investieren. Ich meine, es kann sein, dass Elon Musk wieder was macht, was vielleicht etwas speziell ist, oder ja, dass ihm vielleicht eben Klagen einbringen könnte oder neue Verbindlichkeiten einbringen könnte. Aber Sie als Aktionär, Sie haben ja nur die Tesla-Aktie, die im Risiko steht. Sie können nur das Geld verlieren, das Sie in diese Aktien investiert haben. Und genauso war es damals mit der East India Trading Company. Und das macht die Kapitalgesellschaft so wichtig. Man muss sie sich nicht vorstellen als einfach eine hierarchische Organisation. Es ist wirklich eine Institution, die Kapital transformiert. Und im Fall der East India Trading Company werden Schiffe und die Handelswaren und irgendwann waren es ja auch sogar stehende Armeen und Handelsmonopole, die werden transformiert. Das sind reale Assets und die werden in handelbare, klar bewertete Aktien transformiert, die liquide sind und die dann irgendwann sogar auf Börsen gehandelt wurden. Also es dauerte ja nicht lange, ein paar Jahrzehnte, nachdem die East India Trading Company gegründet war, dass die ersten Börsen aufkamen, also der London Stock Exchange, wo dann diese Aktien, der East India Trading Company, gehandelt wurde. Und heute ist es ja absolut überall die breite Masse handelt in Aktien und es ist ein fundamentaler Bestand an unserer Wirtschaftsordnung. Aber wenn wir über Kapitalismus sprechen oder die Definitionen des Kapitalismus anschauen, dann spielt dieser Aspekt überhaupt keine Rolle. Also Kapitalgesellschaften ignoriert man fast immer bei der Diskussion rund um dieses Thema. In der akademischen Diskussion auf jeden Fall. Wenn wir akademisch über Kapitalismus, unsere Wirtschaftsordnung sprechen, dann sind immer nur Marktwirtschaft und Eigentumsrechte, die hervorgehoben werden. Aber die Kapitalgesellschaft und der Aktienhandel, was wir auch heute unter einem Kapitalisten verstehen, ist ja jemand, der Aktien besitzt, der Finanzwerte besitzt und der im Finanzwerten handelt. Und deshalb würden wir auch eine neue Kapitalismusdefinition vorschlagen. In einem kapitalistischen System werden die Produktionsmittel eigentlich von den Kapitalgesellschaften organisiert. Die sind eben nicht mehr im Privateigentum, sondern die sind im Eigentum, im kollektiven Eigentum dieser Kapitalgesellschaften. Und wenn man dann die ganze Sache so anschaut, dann ist es ja nicht nur so, dass die herkömmliche Definition vom Kapitalismus, sprich eine Marktwirtschaft, die auf Privateigentumsrechten basiert, die ist nicht nur unvollständig, sie ist sogar wirklich irreführend, weil in einem kapitalistischen System gehen die Eigentumsrechte eben über in den Besitz der Kapitalgesellschaften. Und die Privateigentümer, die halten eigentlich nur noch die Aktien. Jetzt kommt ja irgendwann das Bankwesen auch noch mit hinein, oder? Die Banken. Genau. Und es geht wirklich um diesen, und diese Geschichte spinnt sich jetzt weiter. Und wir haben jetzt gesprochen über die Kapitalgesellschaft, die ein zusätzlicher Teil zu unserer Wirtschaftsordnung ist. Die Marktwirtschaft spielt natürlich eine Rolle. Und wenn ich jetzt ein Datum geben müsste, wo diese neue Wirtschaftsordnung entstanden ist, dann würde ich das auf den Juli 1694 festlegen. Und das war eben der Zeitpunkt, an dem die Bank of England gegründet wurde. Und die Bank of England, das war wirklich der Urknall unserer Wirtschaftsordnung, so wie wir sie heute kennen. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine zweite überraschende Sache, dass nicht nur die Kapitalgesellschaft mehr oder weniger ignoriert wird in den ökonomischen Diskussionen. Das Zweite ist auch, obwohl wir heute wissen, dass Zentralbanken so eine zentrale Rolle spielen, weiss praktisch niemand darüber Bescheid, wie, unter welchen Umständen wurde die Bank of England gegründet, welche Überlegungen haben dazu geführt und was war der Einfluss, der diese neue Art von Bank, die später Zentralbank genannt wurde, auf was für einen Einfluss, dass die auf unsere heutige Wirtschaftsordnung gehabt hat. Und ich denke, wir müssen unbedingt über diese Bank of England sprechen, weil wir können unsere Wirtschaftsordnung nur verstehen, wenn wir verstehen, was die Bank of England und dann die Zentralbanken und die Geschäftsbanken, die nachher gekommen sind, was die für eine Rolle in unserer heutigen Wirtschaftsordnung spielen. Und jetzt habe ich natürlich noch mal einen Begriff reingebracht, die Bank, was ist überhaupt eine Bank? Und ich denke, da gibt es zwar mehr, mittlerweile mehr Bewusstsein darüber, wie die Banken Geld schöpfen, wie das Bankensystem funktioniert, aber ich denke, vielleicht für viele Zuhörer, dass die auch noch, dass die vielleicht... Ja, das besser verstehen, weil du hast völlig recht, mit den meisten Leuten, die jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, vielleicht Geldtheorie und Geldpolitik studiert haben oder sich beruflich intensiv auseinandersetzen, ist es immer noch ein bisschen Buch mit sieben Siegeln. Also erkläre das gerne mal so, dass für die Allgemeinheit auch verständlich ist. Ja, das kann ich gerne machen. Und auch jetzt würde ich gerne wieder das historische Beispiel nehmen. Und ich denke, dann ist es wirklich sehr einfach zu verstehen, vor allem wie das Ganze entstanden ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Händler, der auch zur Zeit der East India Trading Company lebt. Eben die East India Trading Company bringt dann die Gewürze ins Land und nehmen wir an, Sie sind ein Zwischenhändler dieser Gewürze. Sie haben viel Geld verdient oder ein kleines Vermögen angehäuft. Damals war ja Geld Gold, also Sie hatten wirklich Goldmünzen in Ihren Händen. Und als erstes musste sie ja sicherstellen, dass dieses Gold, dass es Ihnen nicht gestohlen werden kann. und das heisst, Sie haben es wahrscheinlich nicht zu Hause gelagert, sondern Sie haben es zu einem Goldschmied gebracht, da zum Malz. Also da gab es in den Städten gab es einen Goldschmied, der hatte einen Tresor, der hatte auch Sicherheitsleute und dann konnten Sie das Gold dort reinbringen und der hat es dann im Tresor sicher verwahrt. Hat Ihnen dann eine Quittung gegeben, dass Sie dieses Gold bei ihm zur Verwahrung eingegeben haben. Und dann haben Sie natürlich Ihren Handel weiterbetrieben und die anderen Händler haben ja dann auch denselben Goldschmied für ihre Dienstleistungen genommen. Und als Sie dann da mit einem anderen Zwischenhändler wieder eine Gewürztransaktion abgemacht hatten, da haben Sie sich gedacht, ja ist ja blöd, jetzt gehe ich wieder zurück zum Goldschmied, ich nehme das Gold raus, dann trage ich es wieder zu meinem Geschäftspartner, der nimmt dann das Gold, geht wieder zurück zum Goldschmied, bringt es wieder zurück in den Tresor. Also der physische Austausch war eigentlich mühsam. Genau. Ich habe ihm doch einfach die Quittung gegeben, dann hatte er das Gold auch. Und dadurch war das Geld schon virtualisiert. Das Gold existierte noch, aber statt dass man es physisch herumtransportieren musste, wurde es dann als Einzahlungsbeleg, als Quittung, heute würden wir sagen Banknote. Vorläufer der Banknoten. Genau. Wurde es dann herunglichen. Gedeckt durchs Gold. Genau. Und jetzt sind wir schon sehr nahe an einer modernen Bank, aber es fehlt noch ein wichtiger Punkt. Jetzt nehmen wir an, ein dritter Kunde kommt zur Bank und ich meine, auch damals ging der Nordamerika-Handel auf und vielleicht kam der zurück von Kanada oder so und hat dann wertvolle Pelze mitgebracht. Und der Zwischenhändler sagt, diese Pelze, die kann ich meinen Kunden einfach verkaufen, die würden diese Pelze lieben, keine Fragen, aber ich habe die Liquidität nicht. Und so geht dann dieser Zwischenhändler zum Goldschmied und sagt, ja, kannst du mir einen Kredit geben? Ich muss nur diese Pelze kaufen. Sobald ich sie verkauft habe, kann ich dir den Kredit zurückzahlen und dann noch Zinsen dazu. Das ist ein super Geschäft, oder? Und der Goldschmied hat sich das wahrscheinlich überlebt und gedacht, das macht Sinn, oder? Und das Risiko ist ja auch überschaubar. Da ist eine gute Geschäftstransaktion dahinter. Aber der Goldschmied ist dann nicht zum Tresor gelaufen, hat das physische Gold rausgenommen und ihm übergeben. Er hat dann einfach auch eine weitere Quittung. Eine weitere? Da sind wir schon bei der Geldschöpfung. Genau, und jetzt sind wir bei der Geldschöpfung. Weil es ist ja nicht so, dass er plötzlich mehr Gold im Tresor hat, aber er weiss ja, dass seine anderen Kunden das Gold sowieso nicht mehr physisch holen. Genau, weil es ja, ja, weil es nur ein unnötiger Zusatzaufwand ist. Aber in dem Moment, wo er das gemacht hat, hat er natürlich mehr Quittungen, als er Gold hat in seinem Tresor. Und solange die Kunden natürlich nicht kommen und das Gold zurückverlangen, ist das ja auch kein Problem. Aber er geht nun ein Risiko ein. Ein Risiko ein, wenn jeder am gleichen Tag theoretisch käme, das Gold wollte, dann, genau. Genau. Sind wir nahe am Bankrun. Kommen wir später noch. Genau. Und man sieht, diese Fragilität ist inhärent im ganzen Bankengeschäft. Genau. Also auch damals, und ich bin überzeugt, damals ging auch schon viel schief, wahrscheinlich, aufgrund dieses neuen Bankensystems, wie es sich dann entwickelt hat. Richtig. Absolut. Und das ist wirklich eine, das hat die Geschichte des Bankenwesens und dann natürlich des Kapitalismus seit den Anfängen immer eng und mit wirklich verblüffender Regelmäßigkeit hat es das begleitet. Und jetzt haben wir über das Bankenwesen gesprochen. Zuvor haben wir über die Kapitalgesellschaft gesprochen. Und die Bank of England, in dem Beispiel. Und die Bank of England. Und was macht diese Bank of England so speziell? Sie verbindet eben das Bankenwesen mit der Kapitalgesellschaft. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, vergleichen Sie diese Goldschmiede mit der Bank of England. Die Goldschmiede, die ist in einer kleinen Stadt, die muss ihre Händler persönlich kennen, wahrscheinlich auch die Kunden untereinander müssen sich bis zu einem gewissen Grad persönlich kennen. Der Goldschmiede ist unbeschränkt haftbar, er muss enorm vorsichtig sein mit seinem Geschäft, bevor er Kredite vergibt. Der Goldschmied kann sein Geschäft wirklich nur sehr begrenzt skalieren. Die Bank of England vom König mit einer königlichen Urkunde versehen, dass sie das Bankgeschäft als Kapitalgesellschaft betreiben will. In ihrem IPO hat die Bank of England Gelder von allen Reichen, oder nicht von allen, aber von einer breiten Masse an reichen Investoren in London gekriegt. Über eine Million Pfund, was damals eine Riesenzumme war. Und die Bank of England kann natürlich als Kapitalgesellschaft dieses Bankengeschäft wirklich auf einer völlig neuen Ebene operieren. Und was heisst das? Sie kann viel, viel mehr Geld und Kredit schöpfen, als das vormals jemals möglich war. Und das war wirklich zentral, weil, klar, damals hat es schon mehr Gold, also alles Geld war ja Gold und die Spanier hatten zwar viel Gold reingebracht und die Geldmenge hatte sich auch erhöht, aber es war immer noch ein enorm beschränkender Faktor. Und plötzlich kam die Bank of England und hat wirklich diese Geldmultiplikation ermöglicht und diese Wirtschaft angekurbelt, wie es es vorher eigentlich noch nie gegeben hat. Und deshalb spricht man auch von der Finanzrevolution, die dazumals passiert ist. Die dann aber andere Revolutionen, industrielle Revolutionen und so weiter ermöglicht haben, letzten Endes. Und man sieht auch, wenn man ganz Jahrhunderte zurückgeht mit der, mit dem Wirtschaftswachstum, das ist dann ungefähr die Zeit, wo es so langsam losgeht, vorher relativ konstant eigentlich. Genau. Und das war dann einer der wichtigen Treiber. Zeitlich passt das wirklich punktgenau zusammen. Das war eben zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und eine interessante Anekdote ist auch, früher gab es ja diese Alchemie, also wie kann man Metalle wie Blei oder ich habe hauptsächlich Blei in Gold verwandeln und das war ein, das war ein großer Wissenschaftszweig, bevor die Bank of England gegründet wurde. Aber nach der Bank of England, da ist ja die Alchemie eigentlich ausgestorben. Und der Grund dafür ist wirklich, weil die Bank of England des Rätsels Lösung sozusagen gefunden hat. Sie hat den Weg gefunden, das Gold mittels diesen Bankbilanzen zu multiplizieren und dadurch wirklich die Wirtschaft mit viel mehr Geld und Kredit zu versorgen, als das vorher je möglich gewesen wäre. Und wie du gesagt hast, das ist auch eben, was uns so reich gemacht hat, was uns der Wohlstand gebracht hat, ist, weil wir Fabriken statt Handwerksbetriebe gebaut haben, weil wir Eisenbahnen statt Schotterwege gebaut haben, weil wir Kanäle hingestellt haben, weil wir alles skaliert haben. Diese Kapitalintensität, die einerseits durch die Kapitalgesellschaft und dann durch das Bankenwesen ermöglicht wurde, das ist es, was unsere Wirtschaftsordnung ausmacht. Gut, das waren jetzt alles die positiven Seiten, jetzt gibt es ja auch die negativen und darum geht es jetzt dann eigentlich auch ein bisschen bei eurer, sag ich mal, Argumentation auch in dem Buch. Was waren denn so die großen negativen Folgen? Wir haben es ja schon angesprochen, wir haben diese Möglichkeit des Bankruns schon angesprochen und es dauerte wirklich gerade mal zwei Jahre, also 1994 wurde die Bank of England gegründet. 1996 hatten wir den ersten Bankrun auf die Bank of England. Damals, ja, der König hatte enorm viel Schulden gemacht, wollte noch mehr Geld von der Bank of England und dann das Parlament hat darüber diskutiert, lass uns doch eine zweite solche Bank gründen, eine Konkurrenz zu der Bank of England und dann haben die alten Goldschmiede gemerkt, das ist unsere Chance, vielleicht können wir unseren neuen Mitbewerb wieder aus dem Markt rausbringen und die haben dann so einen Bankrun orchestriert und die haben versucht, sozusagen die Einleger koordiniert. Damals noch ohne die sozialen Medien, ja. Genau, ja, schon damals konnte man Gerüchte wahrscheinlich sehr schnell streuen. Okay, also da hatten wir dann nach dem Boom den ersten Bast. Dieser Bankrun wurde im Keim erstickt, und ja, weil der Staat dann eigentlich, also der Staat, die Krone, die Regierung, die hat gesagt, ja, diese Banknoten, die müssen sie nicht sofort umtauschen. Der Bank of England hat sie es erlaubt, dass sie nicht verpflichtet dazu ist, ihre Banknoten wieder in Gold umzutauschen, obwohl sie das eigentlich versprochen hatte. Okay, also ich kam dann dorthin, wollte mein Gold, und dann plötzlich ist es, nee, wir haben eine Gesetzesänderung oder sonst wie, und ich habe 60 Tage Zeit, ihr das zu geben. Genau, so, genau, genau, das war es, war der Druck raus, dass wir so einen Bankenrun erfolgt übersetzt. Genau, der Staat hat eigentlich der Bank of England erlaubt, die Fälligkeiten, ihre vertraglichen Verpflichtungen, die sie mit dir als Banknotenhalter eingegangen ist, vorübergehend auszusetzen. Und man nennt das eine, ja, eine temporäre Suspendierung der Konvertibilität, das ist der technische Begriff dafür. Und da haben die Leute natürlich gemerkt, ja, diese Bank of England, die wird vom Staat unterstützt, die kann, die kann auf, auf die Hilfe der Öffentlichkeit auf den Staat zählen, wenn es hart auf hart kommt, und dadurch hat sie überlebt. Und ja, wenn es anders gelaufen wäre, dann helfen wir uns heute gar nicht mehr an die Bank of England erinnern. Aber das war so eine Entscheidung. eine erste Staatsgarantie wahrscheinlich, oder? Genau. Ja, okay. Und es hat sich dann, glaube ich, in den 300 Jahren, die danach kamen, also so viel nicht geändert, oder? Genau. Und das ist auch der Unterschied, der Goldschmied, der ist klein und der ist regional. Und die Geldschöpfung, die dieser Goldschmied betreibt, das ist nicht etwas, was makroökonomische Konsequenzen hat. Die Bank of England hat die Wirtschaftsordnung fundamental verändert und sie hat natürlich einen riesen Boom ausgelöst. aber immer, wenn dann diese Zweifel aufkommen, wenn dann ein Boom zu lange läuft, die Assetpreise weit oben, die Häuser teuer sind, die Aktien zu teuer sind und die Stimmung kippt, dann kann sich dann das Ganze und hat sich wiederholt in einen Bast verwandelt, also die Preise sind dann gefallen von all diesen Assets, von den Häusern, von den Aktien und dann die Banken, die diese Assets als Sicherheiten für ihre Kredite gebraucht haben, die sind dann in Schwierigkeiten gekommen, weil natürlich die Kredite nicht mehr zurückbezahlt werden konnten und die Sicherheiten nicht mehr so viel wert waren und dann ist natürlich das Geld und der Kredit, der von all diesen Banken geschaffen wurde, der verschwindete plötzlich wieder und dann ist das Gegenteil passiert, die Wirtschaft hat eine Vollbremsung hingelegt und die Leute haben ihre Jobs verloren, konnten die Mieten ihre Ersparnisse und seit wir die Bank of England haben, haben wir diese Boom-Bus-Cycles, das ist nicht etwas, das der Marktwirtschaft inhärent ist, das ist etwas, was dem Kapitalismus mit dem Bankenwesen kombiniert inhärent ist und etwas, was wir seit 300 Jahren in wirklich erstaunlicher Regelmäßigkeit haben. Genau, da gibt es x Beispiele, aber es hat schon den Eindruck, dass diese Boom-Bus-Cycles auch immer grösser werden, oder? Genau, man könnte jetzt ja natürlich sagen, das ist wie so ein Pakt mit dem Teufel, sozusagen. Es braucht eine Bereinigung ab und zu und so. Genau, und man hat dann halt diese Booms und Busts, aber dadurch, dass natürlich dieses kapitalistische Bankenwesen so viel wirtschaftliche Dynamik reinbringt, dass sich dann, wie soll man sagen, der Trade-off, der lohnt sich und das hat wahrscheinlich auch über lange Zeiträume gestimmt. Wir haben, ja wir haben, wie gesagt, wir haben in den letzten 300 Jahren einen wirklich grossen Zuwachs an Wohlstand gehabt und ein guter Teil davon ist darauf zurückzuführen, dass wir den Kapitalismus eingeführt haben, dass wir diese Kapitalgesellschaften haben, dass wir diese Kapitalgesellschaften mit dem Bankenwesen beknüpft haben, um dieses Geld und Kredit zu schöpfen, damit wir diese Maschine antreiben können. Aber das Problem, wie du sagst, ist, dass die Nebenwirkungen immer grösser geworden sind, also eben im 18. Jahrhundert war ja sowieso noch die meisten in einer Subsistenzwirtschaft, die wären gar nicht betroffen gewesen, im 19. Jahrhundert war schon der Großteil der Bevölkerung in dieser Wirtschaftsordnung, in dieser marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Wirtschaftsordnung eingebunden, die Leute sind in die Städte gezogen, haben in den Fabriken gearbeitet, die haben dann unter Finanzkrisen gelittert und dann hatten wir dann die grosse Depression am Anfang des 20. Jahrhunderts, was bis dato wirklich die grösste Wirtschaftskrise war, die man in diesem neuen kapitalistischen System bisher gesehen hatte. Und die auch immer entsprechende politische Auswirkungen hatte, dürfen wir auch nicht vergessen, bis hin zu kriegen. Genau, und das ist interessant, weil die Reaktion war auch enorm konsistent über die Zeit, zum Beispiel, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, Adam Smith ist ja sozusagen der Gründer der modernen Volkswirtschaftslehre und man kennt ihn ja wegen der unsichtbaren Hand. Er war ja der, der diese Marktwirtschaft, diese Vorteile der Marktwirtschaft herausgearbeitet hat, eben dass diese Marktwirtschaft ein Gleichgewicht erzeugt, wie eine unsichtbare Hand, die Geschicke leitet und wirklich für Wohlstand sorgt und die Leute reicher macht. Und man muss sich das kapitalistische Bankenwesen wie den Gegenspieler vorstellen, der wirklich dieses Gleichgewicht immer wieder stört, diese Booms sozusagen auslöst, befeuert, aber dann wieder diese Bas zur Folge haben. Und auch Adam Smith hat das gesehen und was viel weniger bekannt ist an Adam Smith ist, dass er natürlich auch sehr viel über Kapitalgesellschaften und das Bankenwesen geschrieben hat. Und er war ja ein enormer Kritiker der Kapitalgesellschaft. Er hat gesagt, eben diese Kapitalgesellschaft, die kollektiviert ja die Eigentumsrechte der Eigentümer und der Manager, das ist nicht mehr dieselbe Person und dadurch stimmen die Anreize nicht mehr. Das typisch kennen wir heute oder dieses Principal Agent Problem zwischen Eigentümer und Manager und das kennen wir auch, wenn wir für grössere Kapitalgesellschaften, für grössere Firmen arbeiten, diese Bürokratie innerhalb der Firma, weil es ist halt eine Kapitalgesellschaft, das sind Hunderttausende oder Zehntausende Aktionäre, die dahinter stehen und die Manager, die sind einfach auch Lohnarbeiter, oder? Aber er hat dann eine Ausnahme gemacht und gesagt, eben die Bank of England, die hat er immer gelobt und durch alles verteidigt und das war eigentlich völlig fremd in seiner restlichen Theorie, weil eben, er war ja gegen Monopole, die Bank of England hatte ein Monopol zur Geldausgabe, er war gegen Kapitalgesellschaften, die Bank of England war eine Kapitalgesellschaft, aber es machte dann eben doch Sinn, weil Adam Smith hat gesehen, ja, das kapitalistische Bankenwesen hat nichts mit der Marktwirtschaft zu tun, also das gehorcht anderen Regeln. Eben, er hat gesagt, man muss es regulieren, sie dürfen nicht jede Geschäfte eingehen, sie dürfen nur Kredite vergeben, wenn eben echte, ja, wenn eben reale Geschäfte dahinter stehen, er hat auch gesagt, dass man, er hat wirklich sehr viele Regulierungen vorgeschlagen und er hat natürlich auch gesagt, die Bank of England muss als, 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 als große Maschine des Staates dahinterstehen und dieses Bankenwesen beschützen und wie du dann gesagt hast, nach der grossen Depression, da wurde das weiter ausgebaut, also zuerst hat man eben diesen, diese Bank of England wurde zum Lander of Last Resort und dann hat man dann die, also dann die, die Einlagersicherung gemacht nach der, nach der Great Depression, es gab immer mehr Regulierungen und immer mehr Sicherheits, ja, Sicherheitsvorkehrungen, um das System zu stabilisieren. Aber es war natürlich genauso, die Regulierung genauso volatil, mal wieder steigert, dann mal wieder weniger steig, je nach Interessenslage. Ich denke schon über die kurzen Jahresperioden, also sagen wir, so wie eine Welle, die stetig ansteigt, oder? Und es stimmt, nach der grossen Depression, da gab es dann noch eine relativ lange Periode, wo sie ruhig war und in den, in den 70er Jahren hat sich dann wirklich fundamental wieder etwas geändert im Bankenwesen, eben diese, die digitale Revolution kam auf, neue Formen des Bankenwesens entstanden. Jetzt wollte ich jetzt gerade sagen, lass doch so mal in die Gegenwart ein bisschen springen, bevor wir dann noch kurz über die Lösungsansätze auch sprechen. Wo siehst du jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren, du hast es schon angesprochen, du meinst wahrscheinlich so dieses Schattenbankensystem und so weiter, wo siehst du derzeit die großen Gefahren auch, die ein bisschen ähnlich sind wie die, die wir jetzt aus der Vergangenheit besprochen haben? Genau, also wir hatten ja dann nach der großen Depression, glaube ich 2008, war die nächste große Finanzkrise und als man dann diese Finanzkrise analysiert hat, hat man mit gesehen, das war nicht wie früher, das waren keine traditionellen Banken, die einfach Schiralgeld produzierten, die in Probleme kamen, es waren neue Arten von Finanzinstitutionen, Money Market Funds und diese Mortgage-Backed Securities, genau, viele mögen sich vielleicht noch daran erinnern, neue Produkte, genau, genau, und da hat man dann herausgefunden, das ist ja eigentlich so wie ein Schattenbankenwesen, also diese Finanzinstitutionen, die schaffen genau wie die Bank of England damals Geld aus Kredit, aber sie machen es nicht mehr als traditionelle Bank, sie machen es über neue Kanäle, über neue Institutionen und sie waren auch gar nicht reguliert, also all diese Sicherheitsmechanismen und Regulierungen, die man im Verlauf dieser letzten 300 Jahre eingebaut hat, die wurden nicht auf diese neuen Arten von Finanzinstitutionen angewendet, und wenn man sich dann das Schattenbankenwesen anschaut, dann realisiert man, dass das nur entstehen konnte mit all diesen neuen Informationstechnologien, also mit zum Beispiel, wenn man die Verbriefungen von Hypotheken anschaut, das kann man nicht auf Papier, mit Stift und Papier kann man das nicht koordinieren oder organisieren, man muss da, ja, man braucht Computer, man braucht Berechnungsmodelle, man braucht Scoring-Modelle, man braucht auch Kommunikationstechnologien, um diese entsprechend zu handeln und das hat einen völlig neuen Bankensektor erschaffen, in kürzester Zeit, innerhalb weniger Jahrzehnte, der dann fast größer wurde als das traditionelle Bankenwesen selbst und im 2008 ist dann eben diese immer wiederkehrende Panik und Krise auch in diesem Schattenbankensektor aufgetreten. Genau, und dann wieder die Boom-Bust-Zyklen, die dann entsprechende Kettenreaktionen erzeugen, dann muss der Staat wieder einspringen, das Land of Last Resort, etc. Der Teil der Geschichte blieb genau derselbe. Und auch unsere Reaktion war wieder die gleiche, wir haben dann einfach noch mehr Regulierung eingeführt, noch mehr Kapitalvorschriften, noch komplexere Liquiditätsvorschriften, noch mehr Vorschriften, um die operationellen Risiken im Griff zu halten. Aber wir sind immer noch auf dieser traditionellen Bank geblieben. Wir haben nicht unseren Ansatz fundamental verändert. Wir sind im selben Ansatz geblieben, den wir schon seit 300 Jahren waren. und nach 300 Jahren, wenn wir jetzt Bilanz sehen, müssen wir sagen, es ist nicht alles gut gelaufen. Wir haben diese Boom und Bass nie in den Griff gekriegt. Und in den letzten 40 Jahren sind noch heftiger geworden. Es gibt Studien, die bestätigen, dass die Anzahl an Finanzkrisen, die Volatilität, der Asset-Price, dass das alles mehr und mehr zunimmt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist völlig klar, warum das so ist. Wir verlieren die Kontrolle über das kapitalistische Bankenwesen. Und es gibt ja nicht wenige, die wirklich auch dann mal den ganz großen Knall befürchten. Das kommt noch hinzu. Aber wie sehen denn jetzt so eure Lösungsansätze aus? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, euer Buch werden wir in den Shownotes natürlich verlinken, wer da wirklich noch intensiver einsteigen will. Aber wo müsste man jetzt adjustieren oder sogar noch mehr machen? Ich denke, es macht nochmal Sinn, zurück auf die zwei fundamentalen Konzepte Marktwirtschaft und Kapitalismus zurück zu gehen. Und was wir sehen, ist eben, dass die Kapitalgesellschaft nicht immer kompatibel ist mit der Marktwirtschaft. Wir sehen diese kapitalistischen Banken, die außerhalb der marktwirtschaftlichen Regeln agieren und sogar die Marktwirtschaft selbst unterminieren. Und diesen Widerspruch müssen wir auflösen. Wir müssen sozusagen den Kapitalismus und die Marktwirtschaft wieder miteinander versöhnen, dass sie wieder miteinander existieren können. Und was wir akzeptieren müssen, ist, dass die traditionelle Bankenregulierung, die eigentlich das versucht hatte, dass die gescheitert ist, und sie ist daran gescheitert, dass sie die Grenze zwischen dem, was von der Marktwirtschaft organisiert werden kann und das, was vom Staat gesteuert werden muss, falsch gezogen hat. Sie hat nämlich nur diese Kapitalgesellschaften reguliert, die sich selbst Banken nannten. Aber sie hat diese Kapitalgesellschaften, die zwar das Bankengeschäft betrieben haben, aber eben nicht eine traditionelle Bank waren, komplett ignoriert. Und das hat enorm viele Verwerfungen zur Folge gehabt. Und was wir jetzt vorschlagen, ist eine neue Regel. Wir nennen sie die systemische Solvenzregel, die auf jede Kapitalgesellschaft prüft, ob sie eben systemische Risiken erzeugt und im Zweifelsfall vom Staat gerettet werden müsste oder eben nicht. Und diese Regel zieht dann diese Grenze zwischen Kapitalgesellschaften in der Marktwirtschaft agieren und Kapitalgesellschaften, die außerhalb der marktwirtschaftlichen Regel oder außerhalb des marktwirtschaftlichen Gefüges agieren. Und diese beiden Arten von Kapitalgesellschaften müssen dann unterschiedlich behandelt werden. Die, die innerhalb der Marktwirtschaft agieren, können wir genau gleich behandeln, wie wir das bis anhin getan haben, weil die passen ja in diese Wirtschaftsordnung, so wie wir sie heute vorstellen. Aber alle Kapitalgesellschaften, die eben nicht nach diesen marktwirtschaftlichen Prinzipien agieren, die müssen genau wie die Banken reguliert werden. Wir müssen Eigenkapitalvorschriften für diese haben, wir brauchen Liquiditätsvorschriften, wir müssen auch sicherstellen, dass wir geordnete Insolvenzverfahren entwickeln, die mit diesen systemischen Risiken umgehen können. Und umgekehrt sagen wir dann auch, wir garantieren alle Verbindlichkeiten dieser Kapitalgesellschaften, weil wir sie ja sowieso machen, wenn eine andere Finanzkrise kommt. dann können wir auch mit dieser Ambivalenz und dieser Unwägbarkeit aufhören. Und dadurch kriegen wir einerseits die systemischen Risiken in den Griff und andererseits sorgen wir dafür, dass diese Fehlanreize, die daraus resultieren, dass sie dann eben nicht außer Kontrolle geraten. Und damit haben wir schon sehr viel gewonnen. Und ein zweiter Schritt ist es dann, dass wir endlich einen marktwirtschaftlichen Finanzsektor wollen. Und das heisst, dass wir auch Firmen haben, die eben nicht systemische Risiken erzeugen, dass die Finanzdienstleistungen anbieten dürfen, dass die mit der Zentralbank direkt interagieren können, dass die dieses Interbank Clearing verwenden können. Und da sprechen wir zum Beispiel eben über reine Zahlungsdienstleister, die wie so Narrowbanks funktionieren, also die eigentlich nur Geld auf ihrer Bilanz halten und basierend auf diesem Geld Zahlungsdienstleistungen anbieten. Aber auch Peer-to-peer Lender, Crowdfunding-Institute, Mutual-Funds, auch modernere Finanzfirmen wie Kryptofirmen, solange die sich an die systemische Solvenz halten und eben nach marktwirtschaftlichen Prinzipien agieren, sollen sie auch alle Finanzdienstleistungen anbieten dürfen. Aber ohne eben durch diese Systemregulierungen belastet zu werden, weil sie kreieren keine systemischen Risiken, ergo braucht es auch diese systemrelevanten Regulierungen nicht mehr. Und dann haben wir einen zweiten Schritt, dann haben wir einen marktwirtschaftlichen Finanzsektor. Und dann brauchen wir einen dritten Schritt, wir müssen gleich lange Spiesse schaffen zwischen dem kapitalistischen Bankensektor oder eben diesem systemisch insolventen Sektor, der außerhalb der marktwirtschaftlichen Prinzipien agiert und dem anderen Sektor. Das heisst, diese effektiven Subventionen, die durch diese Staatsgarantien, durch diese Privilegien erzeugt wird, die muss effektiv kompensiert werden. Man könnte sich das beispielsweise vorstellen, dass diese Fintech-Firmen einen attraktiveren Einlagesatz bei der Zentralbank bekommen, beispielsweise. Gut, Abschlussfrage, Hand aufs Herz, wie optimistisch bist du, dass so ein marktbasiertes und dezentrales System irgendwann kommen wird? Früher oder später wird es kommen, da bin ich überzeugt. Es ist einfach die Frage, wie lange wir dieses alte System noch versuchen aufrecht zu erhalten und wie viele Runden wir noch in diesem ewigen Boom-Bus-Cycle-Spiel spielen. Genau, also wie groß muss die Katastrophe sein, dass es zu einer Änderung kommt, meinst du? Genau. Okay. Und eben Katastrophe ich glaube nicht, dass es wieder so eine Finanzkrise wie 2008 geben wird. Ich denke, mittlerweile ist man an einem Punkt angelangt, wo man eigentlich immer interveniert. Zum Beispiel mit Stichwort Silicon Valley Bank letztes Jahr, da wurden auch sofort alle Einlagen garantiert. Also ich denke, man ist zu einem Konsens gelangt, dass immer alle Einlagen oder immer alle Verbindlichkeiten dieser systemisch relevanten Finanzfirmen garantiert werden wird. Und dann kann es auch keine Finanzkrise mehr geben in diesem alten Sinne, aber irgendwann wird sich natürlich das Geldsystem, werden wir die Inflation nicht mehr im Griff halten können, wenn das noch lange so weitergeht. Genau, Inflation ist das nächste große Problem. Du bist schon, und vielen Dank für das spannende Gespräch. Details, nicht zu dir, aber zu deinem Buch in den Shownotes. Und ja, lass uns doch nach dem nächsten Bust dann mal nochmal sprechen, würde ich sagen. Vielen Dank. Danke für die Einladung und da hat mir wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank für euer Interesse und dass ihr beim heutigen Future Talk dabei wart. Hat euch die Episode gefallen? Dann zeigt uns doch eure Begeisterung mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, so verpasst ihr keine Episode mehr. Und habt ihr Feedback, Fragen oder einfach Lust auf einen Austausch, dann freue ich mich natürlich riesig über eure persönliche Nachricht. Am besten erreicht ihr mich über mein LinkedIn-Profil. Und ich freue mich schon drauf, euch beim nächsten Mal wieder bei uns begrüßen zu können. Bis dahin, genießt euren Tag und habt eine erfolgreiche Woche. Round 2 Zum producers zwei sebel nom upp j trois time apart Peg